da sind wir wieder auf sendung jetzt im mai endlich mal schönes wetter wir freuen uns und da haben wir gleich eine frage gekriegt von einem unserer zuschauer karl heinz hatte eine scheinbar banale frage nämlich was ist eigentlich ein schlag beim golf und da denkt jeder das ist auch irgendwie klar also ganz klar ist es nicht wir wollen jedenfalls versuchen das mal kurz zu erläutern eigentlich ist der schlag laut definition die vorwärtsbewegung des schlägers um den ball zu treffen so weit so einfach aber man muss natürlich schon ein bisschen auf die hintergründe gucken und was man da darf und was man vielleicht auch nicht darf und das wollen wir gleich mal zeigen warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem thema schlag in den regeln kommt das wort sehr oft vor und sehr häufig ist ein schlag eben das was bestimmt wie es weitergeht ich nenne nur mal so drei beispiele wenn ich auf dem übungsgrün stehe und versehentlich den ball mit dem schläger berühre ist es eben kein schlag ich muss den ball zurücklegen und spiel ohne weitere strafe weiter habe ich das gleiche gemacht aber war das war ein schlag der mir sehr verunglückt ist da muss ich ihn spielen wo er liegt und mein score hat sich gerade um eins erhöht also hier ist es sehr wichtig war das schlag oder war das kein schlag oder auf dem abschlag ich treffe den ball beim probeschwung übungsschwung nur leicht der fällt mir runter vom tee das war kein schlag passiert gar nichts ich darf ihn wieder auf dienen der ball ist nicht im spiel mache ich das gleiche mit dem richtigen schlag der mir sehr verunglückt ist und der ball fällt mir nur kurz runter dann bedeutet das dass jetzt die schlagzahl um eins erhöht hat also ich spiele damit schlag zwei weiter und vielleicht noch ein beispiel ich droppe den ball irgendwo habe straflose erleichterung gekriegt oder in der penalty area und habe den ball gerade gedroppt dann darf ich das korrigieren bevor ich einen schlag gemacht habe und deshalb ist es schon sehr wichtig zu wissen wann habe ich einen schlag gemacht und wann eben keinen schlag im sinne der golf regeln aber wir wollen auch nicht nur sprechen darüber was ist ein schlag und was nicht wir zeigen das natürlich wie immer bei uns einfach live sondern es kann man kann auch einen schlag machen und der ist aber nicht regelkonform das ist ganz bitter weil dann kostet es nämlich den score also einen schlag und man kriegt auch noch strafschläge dazu auch das werden wir gleich noch mal demonstrieren vor das war aber noch jetzt ist die frage war das ein schlag nein das war ja kein schlag du hast mir in schlag versehentlich natürlich gerufen und ich wollte abbrechen weil es mich gestört hat ausgeholt und im runterschwingen konnte ich dann noch stoppen und abbrechen deswegen würde ich sagen für mich war das kein schlag das ist kein schlag das ist ein abgebrochener schlag sozusagen aber der zählt nicht als als schlag also musste jetzt kein score aufschreiben nichts passiert nichts passiert du könntest das übrigens auch noch mal zeigen wie das ist wenn du den gar nicht mehr abbrechen kannst das kann ja sein aber bewusst jetzt neben den ball ziels ja auch ich schrei dir noch mal rein pass mal auf ruf mir den schlag norbert wie eben bitte genau was hast du jetzt gemacht jetzt habe ich mich von dir gestört gefühlt von einem reinrufen habe ausgeholt wollte den schlag stoppen habe das aber nicht geschafft und dann habe dann absichtlich und wissentlich am ball vorbei geschwungen genau auch das zählt als abbrechen obwohl du am ball vorbei gegangen bist aber das zählt auch eben nicht als schlag weil du ganz bewusst am ball vorbei geschlagen hast genau was ist da passiert ich wollte mich so ein bisschen warm machen wollte so kleine leichte bewegungen machen und bin wie man gesehen hat aus vorsehen an den ball gekommen aller sack johnson wer das mal sich anschauen möchte wie gesagt wollte so ein bisschen kleine bewegungen machen natürlich definitiv nicht den ball treffen und aus vorsehen habe ich den ball getroffen und da vorne vom tiegel stupst ja also das war ein übungsschwung kein echter schlag also auch nichts passiert ich hole den ball wieder und darf ihn wieder aufziehen in dem fall was uns oder mir jetzt gerade passiert ist war es ein übungsschwung den ich machen wollte habe aus vorsehen wie eben gesagt den ball getroffen und demnach ist kein schlag passiert ich war hier auf dem abschlag darf also zurückgehen darf den ball holen und ihn straflos wieder aufziehen ball aufs ziel legen und dann schlagen und dann kommt mein erster schlag hier auf dem loch wenn du das auf dem fairway passiert wäre beim übungsschwung dann hast du den ball tatsächlich bewegt dann muss ihn auch zurücklegen aber dann zählt das dann kriegst du ein strafschlag dafür genau komplizierte lage lukas zeig mal was du draus machst kann man so sagen das überlegen so wenn ich so am baum vorbei das passt okay okay ja was ist jetzt passiert ist das ein schlag oder nicht leider ja ja ich wollte ja einen schlag machen genau obwohl ihn jetzt verfehlt hast weil beim probeschwung ging es ja alles noch aber beim richtigen schlag bist du abgelenkt worden aber das ist jetzt ein problem also du hast einen schlag gemacht der schlag zählt aber dabei sich gar nicht bewegt hat auch wenn er jetzt dir versprungen wäre oder so das wäre ein schlag gewesen da hast du dann leider pech gehabt genau so ist es das war ein schlag so jetzt haben wir noch eine schwierige balllage und die dazugehörige lösung das zeig mal ausholen kann ich ja nicht dann mache ich doch am besten ganz anders ja also war spaß beiseite jetzt gehe ich erst mal in die unfallchirurgie und danach entscheiden ob das ein schlag war ja ist das ein schlag ist natürlich nicht erlaubt ich muss ja ausholen ich kann ja nicht einfach den schläger ich habe gar nicht ausgeholt und nichts ich habe ja wirklich ganz klassisch geschoben und rausgezogen also das hat ja nichts mit einem golfschlag genau man darf ihn nicht löffeln so steht es in den regeln drin und ich glaube das hast du diesmal gemacht ball doppelt getroffen und du aus vorsehen war das natürlich vorher nicht geplant war nicht meine absicht ich habe ihn aus vorsehen doppelt getroffen aber laut der regeln war das jetzt nur ein schlag einschlag genau du kriegst keine zusätzliche strafe es war früher mal anders deshalb kennen ältere golfer das noch anders dass man dafür eine strafe kriegt das nicht mehr so und du musst den ball jetzt spielen wie er liegt man geht davon aus dass du sowieso gestraft genug bist du doppeltreffen was wir anders geplant auf jeden fall wenn du das extra machst und den ball so um die ecke jonglierst dann reden wir natürlich über eine bewusste regelverletzung aber das war es nicht genau